jo leute und damit willkommen zu kaiser mario mit dem flash mit centus dem dumpfie hey er ist dumpfie heute nein hat er nicht habe ich auch nicht gesagt naja ich hing ja noch hier schön fest und immer noch an der gleichen stelle verfickte scheiße hier habe ich das ja letztens gemacht seine schuld ne ich häng auch noch an der selbe stelle fest vom asi die schuld nach übrigens okay dann können wir alles auf mein gott ja wie habe ich das denn jetzt ist gemacht hier das sagt er jetzt nachdem ich so weit gekommen bin und was denn ich bin nur weiter meint war das nicht umgekehrt jetzt kommt doch eigentlich über diese scheiß pflanze ich krieg schon wieder aggression was denn meine ausdrücksaggression man hallo ich hab dir was gesagt mann das möchte danach unbedingt kaiser 2 aufnehmen doch wieder unbedingt ich hab nicht gesagt hinterher bisschen pause dazwischen muss sein hatte man kann ich nicht einfach mal hier sind safe einrichten entweder wenn das eigentlich bei dir klappt nehmen wir super mario 60 auf oder danke kommen da rein oder nicht so speichern wir nochmal mann du fagget pflanze speichern wir nochmal noch nicht zu schaffen nein 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 ich sage mir speichern nochmal nein mann ich bin natürlich runter oh mein gott ich hab's weiter geschafft hey mit slow motion nee ja irgendwas vielleicht an irgendwas gar nicht stimmt aber kaiser mario ist echt mit zum ausrasten ne klar dafür ist das spiel auch gemacht alter nachher hast du das mit nintendo mitbekommen was mit den spiel auch für super net für pc und alles ne wollen die jetzt mit einsteigen so langsam mal oh mein gott dass das nicht mehr exklusiv für nintendo ist sollten wir auch mal wirklich machen vielleicht verkauft sich das alles besser dann weinst nicht doch und ihr wollt eine neue console herausfinden welche also bis jetzt heißt sie noch nx mehr gibts davon noch nicht ist noch nicht bekannt sehr spannend wir wollen das versuchen dass 2016 rauskommt auch shit ich hab mal lieber unten speichern sollen tatsächlich diese stellige was denn oh mein gott heute bin ich mal gespannt wie lange wir hier noch gebrauchen ich weiß es nicht ich hab noch zehn sekunden alter wie soll ich das schaffen hier ok alter hätte man beim e-mail noch mal reingucken sollen ich weiß gar nicht was passiert wenn die zeit abläuft und wachsen wahrscheinlich würde ich mal so behaupten dann stürzt sie ab und geh wirklich ins endlevel oder macht das aber ich hab neun ach so durch sie und dann hast du richtig gehabt wahrscheinlich ne ja und halt auch bei irgendeinem level kriegst du extrem viel monster hintereinander ok hey langsam geht mir das ja man stirbt einfach toll ja das schaffe ich nicht in zehn sekunden schaffe ich das auf jeden fall nicht mehr gut dafür könnte ich jetzt zurück gehen ja mach doch hab ich ja gesagt rabosa level speicher mal hier alle durch laufe mit zu weit in falle spring ich bei der anderen vorbei dass ich nicht auf die andere kommen und blablabla so das tut mir leid exküse war ja jetzt hat so level für mich die sagen verlierst du schon wieder welchen ja aber das ist nichts neues nicht verlieren dann gar keine und krieg du noch welche dazu so das heißt ja geil egal ja warum ich darum einfach witz zu bekaschen noch ne habe ich das schon so weit eben wieder geschafft wir hatten dass du so schön an der glocke klatscht bist genau das ist doch geil scheiße have a good mind has this Och Ich weiß nicht warum, wie werde ich gerade Mühe Ach, du wärst bestimmt am essen warst Nein, war ich nicht Nach der Aufnahme habe ich jetzt gegessen. Ich habe erstmal eine Pizza reingefiffen. In halb von zwei Minuten war die aufgegessen. Guck wie viel verfressen der ist. Musst du krass sagen. Ich mache mir erstmal was zu essen. 2 Stunden später? Ich mache mir schon wieder was zu essen. Ich esse erstmal was, dann bin ich ready. Ich so, was willst du? Jetzt esse ich erstmal was. Und dann kommt der ist. Ich mache mir gerade was zu essen. Das waren keine 2 Stunden auseinander. Doch. Nein. Dann nur eine Stunde. Ich sag mal kurz. Wie soll das hingehen hier? Ähm. Naja. Gibt der auch irgendwann mal wieder hoher hier? War genau eine Stunde. Siehst du? Ich würde mal speichern hier. Das wäre glaube ich sinnvoll. So. Aber eigentlich finde ich YouTube schon wieder so rum was. Nein. Weil du meintest, dass du meine privaten Videos gucken konntest, ne? Ja. Normalerweise darf das nicht gehen. So, die Playlist gucken. Ja. Man kann in die Pläte... Normalerweise kann man trotzdem in die Pläte jetzt reinkaufen. Aber da steht dann private Videos und die ganzen nicht gucken. Ich kann die aber gucken. Das ist YouTube wieder. Ich stehe immer. Ich stehe immer. Trifft doch einfach zu langsam bei dem Spiel. Hallo. Marius. Das hab ich auch schon geschafft. Okay, das hab ich auch schon geschafft. Mario, du Arsch. Mach das was du sollst. Woah. War ich nicht. Hoffentlich. Dude. Doch. Dude. Oh. Dude. Oh. schon wieder nächstes geschafft springt nur noch hier die pflanze und springt zurück mann ey mein gott wie soll das denn gehen deine oma er hat übrigens bei mein kopf das war schon längst fertig ich weiß schon zwei tage später nach die wir aufgenommen hatten noch ein bisschen übertrieben haben wir den punkten ja sehr gesehen was ich auch noch gemacht habe was das dinge auch abgerissen aber das hätte dranbleiben müssen uns jetzt nicht weiter geht uns wer sich weiter gegangen da lief nichts das war leer doch da kam immer ein bisschen an gar nichts da habe immer ein eimer aus sicher weiß ich ja weil ich weiß wie meine maschinen funktionieren das ding gehen soll das hier vorgehen nein warum mein gott oh faget oh faget mario kleiner faget ist klar da geht einfach mal hier um ich kann mich beherrschen ich bin schon wieder total weit eigentlich ich muss das aber auch machen ich weiß dass ich das gerade immer man ich glaube es nicht was geschafft und weiter mit den delphinen ja da kommt noch da kommt noch der fine jetzt ist ein bisschen assig aber jetzt geht es eigentlich ein gutes timing und slow motion klappt alles ja nicht so viel stefan ne ja auch wieder speichern hier dankeschön aber wieder weitergekommen warum springst du nicht hoch bin ich jetzt bin schon wieder weiter die nächste tür doch die pflanze gesprungen nur wieder so ein stück raus und die scheiße schon wieder kettensägen gegen massacra ja flash ist kettensägen massacra a la mario shit nicht du dann du du Vielen Dank.